Wo müssen wir denn hin? Ist einfach alles so schön. Oh, schau mal, die kleine Fee ist da. Die hatten wir ja gestern getroffen. Warte, ich mach gerade eine Shoppingliste. I still need Bib Kuhn Furballs from Florowish. Von Breezy Meadow. Oh, oh, some of the treasures are mellows as well. It shall be incredible. Sie braucht es für ihr Beauty Lab. Stimmt, die verkauft ihr dann Make-up. Oh, it looks like I've gone over the budget with my purchase. Sie hat so viel ausgegeben. Die ärgste Chat ist auch so eine Shopping Queen wie ich. So, das kriege ich nur kurz an. Wie gesagt, wir werden uns diese ganzen Bücher und alles durchlesen, wenn es auf Deutsch übersetzt ist. Weil das macht dann einfach mehr Sinn. Oh, nein. Falsches Outfit. Insekten. Wir müssen alles mitnehmen, was wir kriegen können, Ted. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ich werde gerade irgendwo hin, wo es warm ist. Palmen und Strand. Oh. Gut, da schauen wir noch schnell weg am Fischi. Ich finde, das Wasser schaut auch so schön aus. Wow. 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 Alrighty. Gut. Das Blümchen noch. Oh, das haben wir noch gar nicht gehabt. Eine sonnige Orchidee. Alrighty. Weiter geht's in der Story. Ist das diese Wunschstatue? Sollte er etwas halten? No-Noi, schließe dich unseren Plänen an. Wir kommen abort. Ah, okay. Sie bleibt in der Nähe. Wie finden wir jetzt das Outfit, was wir jetzt anhaben, Chad? Wenn dieser Wunsch-Envoy dahinter steckt, hinter diesen ganzen Koma-Anfällen, dann müssen wir hier auf der Schliche bleiben. Wir müssen uns extra gut vorbereiten. Wir sind auf dich, No-Noi. Momo und ich werden Late-Night-Wishmakers sein. Selbst die Insekten sind süß. Also vor allem die Bienchen, die sind so ganz klein und dick voll süß. Niki und Momo gehen dorthin und sie versteckt sich. Wir braven ein cooles Code-Word. Barbecue is ready. Momo liebt Barbecue. Barbecue is ready, ist der Gewinner. Okay, also wenn die Niki sagt, Barbecue is ready, dann springt No-Noi raus und dann werden wir den catchen. Okay. Okay, Chad, können wir in diesem Outfit den Bösen über den Weg laufen? Ist es so okay? Ist es so angemessen, Chad? Ich kann gut laufen in meinen Heels. Ich bin schon geübt. Schauen wir mal, wie schön das ausschaut, wenn es dunkel ist. Die ganzen Lichter. Love it. Sie wünschte sich zu wissen, wo die magischen Outfits sind. Wenn sie die magischen Outfits hat, dann ist sie stark genug, um No-Noi zu helfen und kann diese Koma-Fälle lösen. Oh süß, der Momo. Oh, Wunschstatue. Er hat einen Wunsch, der so groß ist, wie seine Liebe für Barbecue. Er hat ganz viele Blinks gespart. Und wenn Nikis Wunsch in Erfüllung geht, dann gibt es ihm alle. Hallo. Oh! But for those who lack sincerity, it is worthless. How heartfelt are your wishes? Offer as much as you can and... But how will I know if it works without testing it? I need to try it. Right! A test! No miracle, no blinks! His miracles work in ways you could never imagine! Momo, it's barbecue time! You fools! Don't move! Hey, the hair! Los! No! Schneller, schneller! Oh mein Gott, was passiert jetzt?! Du meine Güte! Du meine Güte! Du meine Güte! Ich kann nicht glauben, dass er entkommen ist. All die harte Arbeit umsonst. Was ist passiert? Achso. Sorry, dass ich die Cutscenes nicht vorlese, aber da bleibt der Text nicht. Die reden einfach durch. Deshalb lese ich es dort nicht vor. Wir sind ganz nah, keine Angst. Wir kriegen ihm das nächste Mal. Morgen ist ein neuer Tag. Oh Gott, wie dieses Outfit glitzert, Leute. Ah, Nicky hat recht, aber irgendwas stört mich an der ganzen Sache. Während wir davon gelaufen sind, ist eine Quick-Wish-Bottle, also so eine Schnellwunschflasche, ins Wasser gefallen und dann ist das Erdbeben gekommen. Oh, dieser Glitzer. Und dann sind alle Lichter ausgegangen. Oh Gott, dieser Glitzer-Tad. Es schaut so aus, dass diese Schnellwunschflaschen sehr komplex sind. It might even be destructive. Äh, was ist nochmal destructive? Das liegt mir auf der Zunge. Das fällt mir grad nicht, um es zu ablenken, oder? Es wird gefährlich. Wir sollten zum Bürgermeister gehen. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Was das? Can be worn in Eureka. Okay. Wir haben da jetzt neue Sachen freigeschalten. Aber wir die Questline quasi abgeschlossen haben. Okay. Unlocked Quest. Power Outage Resource. Go to the Mayor and find... Go to the Mayor's Resident to find Grace. 139 Meter und wir glitzern in der Nacht. Welcome, friend. Are you ready to hop into a Hot Air Balloon? Heiß Luft Balloon. Yes. Excuse me. Yes. Sofort. 200 Blinks. Bitte nimm all mein Geld. Ich will mir in den Heißluft Ballon fliegen. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst? Nicht dein... Kann ich Momo mitnehmen? Kann ich das steuern? Nicht dein Ernst? Wie kann ich landen? Mit S? Wie kann ich landen? Ah, das geht langsam nach unten, weil ich Luftballons verliere. Okay. Das heißt, wir haben nur eine kleine... Wir fliegen zum Bürgermeister. Los, los. Los, los. Okay. Es ist... Es ist nur zum Umschauen eigentlich. Also du bleibst... Warte. Foto. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann hier oben einfach Foto-Mode aktivieren. I love it. Schade nur, dass jetzt nicht Dingens ist. Es ist Sonnenuntergang oder so. Wir müssen das nochmal machen, wenn es ein bisschen besser passt von der Zeit. Und das habe ich jetzt nämlich nicht gedacht. Ich wusste nicht, dass ich hier oben Foto-Modus aktivieren kann. Love it. Okay. Ich weiß schon, was meine nächste... Warte mal. Kann ich? Ich weiß schon, was meine neue Streaming-Started-Szene wird, Ted. Hahaha. Wowie. Bitte. Ein Foto. Boah. Cool. Ich lieb's. Ah, ich kann einfach raushüpfen. Okay. Dankeschön, Jared. Bussi. Das ist ja geil. Auch voll schön. Es schaut irgendwie alles so realistisch aus, aber dann irgendwie auf der anderen Seite doch nicht. Und ich lieb's einfach. Auch wie die Lichter am Boden fallen und so. Ich finde das so schön. Was bist du? Oh, vielleicht hätte ich das fangen müssen. Schau mal, wie schön alles ist. Und ich slay einfach in diesen Schuhen. Oh mein Gott, I am slaying. Wie Momo süß geht. Schaut mal, wie er sich bewegt, wenn er geht. Warte. Seine Ärmchen. Tut, tut, tutt, 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 tutt. Oh süß. Warte mal, warum leuchtet das jetzt? Oh. Alles erledigt. Na schau, sehr schön. Wir gehen jetzt mal als erstes zum Bürgermeister. Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister. Oh. Was ist denn das Süßes? Sie sagt, bitte beruhigt euch. Okay, sie hat keine Erfahrung mit, ich glaube, mit Föschen. Sie sahen alle Charaktere so hübsch aus. Okay, also sie behandelt die beiden wie, als wären sie Bürger von der Stadt. Aber sie möchte gerne wissen, was los ist. Die Gebäude oder so ist überflutet. Ihre wertvolle Spray-Painting-Time ist ruiniert. Ist das alles, wofür du dich interessierst? Ach, Gott. Ah. Okay, also. Wegen diesem Erdbeben hat es einen Stromausfall gegeben. Und deshalb ist bei denen... Ich glaube, dieses Leben unter der Erde ist etwas überflutet. Jemand hatte eine Wunschflasche mitgehabt und dann sind sie verrückt geworden. Sie war beschäftigt. Oh Gott, unser Outfit so schön. Diese mysteriöse Wunschflasche ist sie zufällig den Fluss hinabgeflossen. Ja. Nonoi, was machst du hier? Der letzte Wunsch, den ich gemacht habe, war vor 49 Tagen. Herr Grace, ich bin nicht hier, um Wünsche zu sammeln. Meine Freundin Niki ist eine Stylistin und das ist ihr Freund Momo. Meine Freundin Niki ist eine Stylistin und das ist ihr Freund Momo. Wir kümmern uns um diese Koma-Vorfälle in der Stadt. Okay, nur neu erzählt ihr jetzt die ganze Geschichte. Diese Schnellwunschflasche ist gefährlich. Ich verstehe. Okay, wir sollten uns zuerst um das mit den Fröschen, glaube ich, kümmern und danach kümmern wir uns um die Elektrizität. Äh, Well of Fortune, was ist das? Der Brunnen der Zukunft? Ist es schon sicher? Ich weiß nicht, Ribbit. Es ist ein Bess da unten. Ribbit. Es ist alles zerstört da unten. Die Menschen sind schlecht. Die Menschen werden verletzt, Ribbit. Die Menschen könnten sich vielleicht verletzen. Ich habe ein Floating-Outfit. Ich kann das Well. Niki hat ein Floating-Outfit. Sie kann sich das anschauen. Niki ist ein wunderbarer Stylistin. Any Obstacle. Sie kann direkt über ihn fliegen. Sie kann einfach drüber fliegen. Und ich denke, ich kann auch ein Sketch für ein Elektrizität. Uuuuh. Wir kriegen ein Sketch für ein Elektrikerin-Outfit. Dann können wir die ganzen Sachen reparieren. Dann lasse ich es, äh, dann lasse ich dich, dann lasse ich dich das erledigen, Frau Niki. Siehe es als erledigt. Auf behalf of everyone in Flora-Wish, I offer our thanks. Okay. See you at the well of fortune, Ribbit. Wir treffen uns am Brunnen der Zukunft. Please be careful. Thank you. Pass auf dich auf, Niki. The heart of infinity needs just the right amount of Wim-Stars. Then I can acquire the electrician-Outfit. Okay. Okay. See you, und bis später. Danke, dass du da warst. Chat, heute versuche ich mehr auf euch zu achten. Ich bin bemüht, okay? Ich bin bemüht. Wie gefällt es euch bis jetzt? Fühlt ihr euch noch wohl? Habt ihr Spaß? Ah, das ist das Elektriker-Outfit. Nice. Kriegen wir auch neue Haare, alles voll cool. Ich habe viel Spaß. Das freut mich. All right. Wir haben ein neues Outfit, ein Ability-Outfit freigeschalten. Also, das sind diese Outfit, die uns die Fähigkeiten geben. Und das andere ist nur... Oh. Da können wir auch schon was craften. Neue Ohrringe. Na, bitte. Gut, wir haben ein Stück von insgesamt sieben. Dann ist das auch ein komplettes Outfit. Und ich glaube, dann kannst du einfach draufklicken und dann kannst du das Outfit anziehen. So. Oh oh, wir müssen ein Bienchen fangen und einen Hund reinigen. Ah, na schau, was haben wir denn hier? Warte. Jetzt geht die Sonne auf. Ist hier zufällig auch... Oh, da ist gleich noch ein Bienchen. Nehmen wir uns doch gleich mit. Da ist auch noch eines, dass wir ein bisschen was auf Reserve haben. Wir bräuchten noch ein Hündchen. Oh, na schau. Wen haben wir denn da? Hallo. Er stets bemüht. Genau. Stets bemüht, den Chat zu lesen. So, wie er sich freut. Okay, gut. Das heißt, wir können jetzt das Outfit craften. Let's go. Oh. All righty. Ah, witzig. Die Ohrringe, Stromkabel. Wieder eine Brille. Voll cool. Komplett. Nice. Good. Open board row. Abilities set up. Previously acquired abilities have already been auto-equipped. Select a slot. Ah, okay. Okay. Und Floating und Purification, die zwei Outfits, die hat man immer. Und zwischen denen musst du dann wechseln. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt auf Tab gehe und ich sage Elektro Outfit und ich mache dann Rechtsklick, dann wird sie das wohl anziehen. Aber da wird wohl was in der Nähe sein müssen. Keine Ahnung. Gut. Gut, dann. Oh, schauen wir noch schnell, was das iPad will. Entschuldigung. Gut, dann gehen wir gleich weiter in diese Höhle, oder? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Was ist das? Flow Bubbles. Oh, süß. Wir können Seifenblasen machen. Oh, ist das lieb. Nehmen wir doch gleich mit. Alles, was im Weg ist, ist das. Als hat er sich erschrocken. Okay, das mit den Vögeln habe ich noch nicht hinbekommen. Ah, na schau, jetzt müssen wir nämlich eh da rein. Gut, dass ich da... Oh, das sind Käfer. Sogar die Käfer sind süß in diesem Game, obwohl ich ja eigentlich Insekten gar nicht mag. Aber die sind ja echt putzig. Niki, da bist du ja. Hier ist der Schlüssel. Du, äh... Das ist der leichte Weg hinein. Und da ist noch ein bisschen Heilungsnektar. Es ist zu gefährlich da drinnen. Nur für den Fall der Fälle, dass du verletzt wirst. Oh, Hachet. Ich glaube, es wird jetzt spannend. Der Eingang zum Brunnen ist hinter dem Wasserfall. Den habe ich schon ausgesprochen gefunden. Oh, wir haben Schlüssel. Schade, da wären wir gar nicht reingekommen. Das heißt, jetzt kriegen wir ein Abenteuer-Set. Ich bin gespannt. Wow. Oh, da oben ist ein Stern. Wo komme ich denn da rauf? Aha. Oh, Hachet. Seid ihr bereit für ein Abenteuer? Jetzt werden wir mal sehen, wie das so hier funktioniert. Auch mit dem ganzen... System, wenn man hier solche Aufgaben hat. Oh, da kriegen wir noch einen Stern. Dann haben wir noch ein Rätsel. Okay. Ah, das heißt, wir müssen auf alle Dinge ins Hüpfen, oder wie? Sehe ich das richtig? Momos Kopf in der linken Ecke wackelt. Jetzt nicht mehr. Ja, weil wir jetzt gerade die... ...diese Quest hier machen. Oh, oh, shit. Oh, oh, shit. Oh, oh, shit. Okay, jetzt muss man nochmal anfangen. Ich habe zu früh gefloatet. Okay. Ah, ich darf nicht im Floating sein. Nein! Okay, nochmal. Ah, aber sie hüpft eh auch normal. Okay. Ah, jetzt war ich wieder zu schnell. Sorry. Okay, 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 okay. I can do it. I can do it. Jetzt hat... Jetzt hat... Boah. Das ist jetzt aber ganz haarscharf ausgegangen. Ich muss mich verabschieden für heute. Bis zum nächsten Mal. Bella, danke schön, dass du da warst. Danke fürs Reinschauen. Hab noch einen schönen Abend. Schlaf gut und träum was Schönes später dann. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ich darf wahrscheinlich nicht nochmal drauf, oder? Ja, okay. Das habe ich zu spät gesehen, Chat. Gut, das heißt, wir müssen eigentlich von hier anfangen. So. Rauf. Rüber. Zurück. Okay. Sorry. Hier geht's los. Ich glaube, ich mache es. Okay, I did it. Denke nicht, nein. Was denkst du nicht? Ach so, dass ich da zweimal drauf denkst du dann drauf. Geil. Das ist aber immer noch die Frage. Wie komm ich da hoch? Aha. Momo! Oh mein Gott, er ist runtergefallen, Chad. Ach so, das ist nur das Tor da innen. Ja, aber so weit komme ich ja da nicht rüber. Never, never, ever. Wie soll ich denn da hochkommen? Es würde mich jetzt sehr wundern. Ja. Okay, wir haben hier mal einen Teleportationspunkt. Den schalten wir auf jeden Fall. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt, Chad. Ich habe nie etwas gesagt. Ich habe wieder mal viel zu kompliziert gedacht. Oh, ja, den Stern haben wir eh schon gesehen. Ich habe nie etwas gesagt, Chad. Okay. Okay. rechts rum wackelt er oben links mit dem Kopf im Hintergrund. Und dann kannst du, wenn du möchtest draufklicken. Aber ich habe ihn ja schon gesehen gehabt. Ich wusste ja schon, äh, wo er ist. Der Stern. Ich habe ihn ja schon gesehen. Deshalb habe ich jetzt nicht mehr draufgeklickt. schon wieder draufgeklickt. Vielen Dank.